Sage und schreibe, 660 Millionen Euro fehlen unseren Jungs der Truppe bei der Bundeswehr. Ihr habt richtig gehört, denn die Heizkosten von 1,4 Milliarden Euro können nicht bezahlt werden. Richtig, deswegen müssen jetzt die Soldaten frieren in Deutschland, müssen auf teilweise eher gutes, gesundes Essen verzichten und andere Einsparungen werden weiterhin kommen. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Moinsam, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Apollo News hat wieder ein bisschen recherchiert und ein paar gute Sachen rausgesucht. 1,4 Milliarden Euro. Bundeswehr kann ihre Heizkosten nicht bezahlen, heißt es hier. Und dann wird das Ganze hier bezeichnet als massiver Schätzungsfehler im Haushalt. Und der führt dazu, dass die Bundeswehr plötzlich 660 Millionen Euro zur Begleichung von exorbitant gestiegenen Energiekosten fehlen. Weil die Rechnung für Heißwasser, Strom und Co. sich knapp verdoppelt hat, muss jetzt an der Ausrüstung gespart werden. Ja, das ist natürlich sinnvoll, das ist super, das ist gut, das ist das Ergebnis, was von grüner Politik, dem grünen Wirtschaftswunder von Robert Habeck, jetzt auch bei der Truppe ankommt. Und ganz ehrlich, da frage ich doch mal in die Runde der Truppe, was habt ihr denn gewählt und was werdet ihr bei der nächsten Wahl wählen? Werdet ihr dort Grün wählen oder auch Rot, die das Ganze ja mittragen, oder auch FDP, die da ebenfalls mitverantwortlich für sind? Dann richtet euch weiterhin darauf ein, es wird kein besseres Essen geben und auf der Stube musst ihr dann natürlich auch mal ein bisschen frieren. Wie sich das gehört für einen obrigkeitspassenden Soldaten. Aber wirklich ernst bei der Sache. Das sind Ergebnisse, die dadurch kommen, wenn Kinderbuchautoren, ich meine natürlich der beste Wirtschaftsminister, den wir jemals hatten, die Wirtschaft in Deutschland leitet, sind das die Ergebnisse, die da rauskommen. Wenn man die letzten drei AKWs in Deutschland abschaltet, hat man natürlich massive Probleme. Und dass jetzt hier eine Fehlkalkulation stattgefunden hat, das ist natürlich wieder ein Paradebeispiel dafür, wofür haben wir einen so großen, so einen teuren Behördenapparat, wenn dann so etwas noch passiert. Ja gut, ich habe mich letztens auch verrechnet, das waren halt mal etwas über eine halbe Milliarde. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unfassbar. Und dazu passend ist es aber auch, was nämlich hier gerade vor anderthalb Wochen veröffentlicht wurde, obskuren Finanzmaßnahmen hieß es, nämlich um Geld zu sparen, strich man kurzerhand den Essensplan der Truppe zu einer kargen Verpflegung zusammen. Und das sehen wir dann nämlich nochmal hier, da hat ihr die Bild am 2.11. aus für Rind und Lamm. Bundeswehr streicht Truppe das Essen zusammen. Ja, das ist halt die grüne Politik offensichtlich, dass jetzt hier offensichtlich kein Rind und kein Lamm mehr auf den Tisch kommt. Wir essen ja bekanntlich laut den Grünen sowieso zu viel Fleisch und sollten das deutlich reduzieren. Und dementsprechend wurde das jetzt bei der Bundeswehr offensichtlich auch gemacht. Denn ab dem 1. Januar 2024 will das Verpflegungsamt der Bundeswehr kurz, ja, pro Jensen vorlesen, die Truppenspeisepläne deutlich ändern. Das geht aus der internen Mail der Behörde vor, die Bild exklusiv vorliegt. Zitat aus diesem Dokument. Um der Preisdynamik, auch geil gesagt, Preisdynamik zu Deutsch, die Inflation scheppert rein und die Preise gehen ins Unermessliche, so dass man darauf verzichten muss, weil man es nicht mehr bezahlen kann. Und das ist doch die Realität, die wir auch im täglichen Leben haben. Wo wir im Supermarkt einkaufen gehen und sehen einfach, ja, Moment, für die 50 Euro, wo ich letztes oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren so einen vollen Einkaufswagen hatte, bekomme ich jetzt nur noch so ein kleines Paket von ein paar Produkten und habe teilweise Preissteigerungen von 50, 80 oder auch über 100 Prozent erlebt. Je nachdem, bei welchem Produkt. Nochmal Zitat. Um der Preisdynamik des Marktes Rechnung zu tragen, aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, streben wir eine konzeptionelle Reduzierung unseres Warenkorbes an. Dies betrifft besonders die Beschaffung von Rindfleischprodukten, frischem Obst und gekühltem Fisch. Ja, das ist natürlich sehr gut, dass hier frisches Obst ebenfalls jetzt nicht mehr verwendet und dann dementsprechend auf den Teller kommt, damit die Leute auch keine Vitamine zu sich nehmen. Nehmen wir jetzt halt irgendwas anderes und das ist dann bestimmt auch für die Körper der Soldaten, deren Kapital, ja der Körper ist, sehr sinnvoll. Sorry Leute, aber das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, was hier passiert. Wir verteilen das Geld in der Welt und unterstützen beispielsweise die Ukraine jetzt anstatt mit 4 Milliarden sogar mit 8 Milliarden. Aber wir haben keine 660 Millionen, um die Heizkosten einzusparen. Wir haben nicht genug Geld zur Verfügung angeblich, um die Jungs zu füttern. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was hier passiert. Also das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken, was hier abgeht. Und dann hier, die Produkte sollen ab dem Bundeswehrspeiseplan 2024 verschwinden. Hier die Lammkeule ohne Knochen, Kabeljaufilet, Honigmelon, Wassermelon, Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche und so weiter und so fort. Tja, das ist halt dann nichts mehr für die Jungs. Aber hier geht es ja noch weiter. Denn offensichtlich reicht das nicht aus, diese Einsparmaßnahme. Wie der CDU-Finanzpolitiker Ingo Gädischens in einer Pressemitteilung schreibt, fehlen der Bundeswehr rund 660 Millionen Euro, um die Kosten für Wärme, Licht, Warmwasser im laufenden Jahr zu begleichen. Im Budget 2023 waren dafür 740 Millionen Euro eingeplant. Benötigt werden aber stolze 1,4 Milliarden. Ja, da hat man wohl die Rechnung ohne unsere neue Politik in diesem Land gemacht, sodass natürlich diese Sachen hier massiv teurer geworden sind. Das, was aber funktioniert, sind Falschbestellungen. Ich erinnere gerne nochmal an den September diesen Jahres zurück. Pistorius Sauer hieß es da. Lamprecht bestellte wohl falsche Funkgeräte für 1,5 Milliarden Euro. Pistorius Amtsvorgängerin Lamprecht bestellte neue digitale Funkgeräte für Autos und Panzerbundeswehr. Doch viele passen offenbar nicht in die Fahrzeuge. Ich hatte das in einem Video, nicht als Hauptthema, aber in einem Video mit drin, dass hier eine Falschbestellung gemacht wurde seinerzeit. Und dann muss man sich doch wirklich mal an den Kopf fassen, wie kann das denn sein? Also wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, hier in das Büro möchte ich jetzt ein neues Regal oder einen Schrank haben. So, und wenn dieses Teil so groß ist, im zusammengebauten Zustand beispielsweise, wie jetzt die Funkgeräte, und ich bekomme das nicht durch die Tür durch, dann muss ich entweder ein Fenster zur Verfügung haben, wo ich das durchbekommen kann, oder aber ich bestelle das nicht, weil ich doch wissen muss, dass das nicht funktioniert. Und wenn das hier jetzt hardwareseitig das gleiche Prinzip ist bei diesen bestellten Funkgeräten, dass die einfach auf die meisten Fahrzeuge der Bundeswehr nicht passend sind, dann kann ich die doch nicht bestellen. Wie kann denn so etwas passieren? So ein eklatanter Fehler. Vielleicht mache ich auch mal eine Testbestellung und prüfe erst mal von mir aus ein Dutzend oder auch 50 Geräte, anstatt dann direkt eine Bestellung für 1,5 Milliarden Euro verbindlich aufzugeben. Also was läuft in diesem Lande noch richtig? Was funktioniert denn hier einfach noch? Das sind wieder mal Zustände, wie in der letzten Bananenrepublik. Das kannst du dir wirklich einfach alles so nicht mehr ausdenken, was hier abläuft und hier passiert. Die Folgen davon sind doch gravierend. Die Folgen davon werden sein, dass viele Leute in der Bundeswehr dort nicht mehr arbeiten möchten, dass wir dort ebenfalls weiterhin wieder ein Defizit in der menschlichen Ausstattung, sage ich jetzt mal dazu, sehen werden. Absolut schlimm. Absolut schlimm und peinlich noch und nöcher nicht zu übertreffen. Schreibt eure Meinung rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten und ciao.